die welt der neuerscheinungen und ich bin dafür da diese zu testen viel spaß mit dem video und lasst doch gerne ein abo da einen wunderschön meine sehenlosen fleischstückchen willkommen zum ersten video ich freue mich richtig neuerscheinungen cyborg 3003 cyborg bereite dich auf die konfrontation vor der feind lauert okay let's go alter oh mein gott mein ohr ist weg ist tot geil alter ich glaube 14 euro machen wir alle fertig hier gar kein problem zu trieben war ich mein counterstrike wir machen davon bitte lassen sie mich in ruhe oh mein gott kleine spinnen ich hasse spinnen ich hasse spinnen ich hasse alles ich hasse alles hier dran ok 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 lad doch hallo ich habe keine money mehr gehabt okay gar kein problem wir regeln das wir können ja so ein double dash sprung machen hier alter richtig geil also gefällt mir richtig gut ich kann nicht mehr laden das secondary habe ich ich glaube ich bin tot shotgun ja bin bereit in 10 sekunden easy schöne sounds auch also freut mich richtig ähm ok ok kommt her easy ja 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 schmeckt euch ne ihr pisser hör mal mich kann man nicht schlagen ich glaube ich bin tot das nicht gut auf entspannt hier machen wir machen wir machen wir machen hier gibt sogar leben und munition wie wunderbar ist das denn mensch was ist das was sind das für fiecher alter hilfe was passiert denn jetzt ist der geisteskrank unglaublich ja das sage ich mir auch jedes mal unglaublich schlägt danke ja man nice weggepumpt junge ich fühl mich sicher ich bin drin ich glaub ich bin tot übelst nice übelst aua ja ja schön hier rumspringen bisschen schrot in die fresse schießen was ist das boom oh der lebt noch wieso oh oh ich bin kacke das war keine gute idee diese klasse zu nehmen glaube ich wirklich nicht bin ziemlich sicher oder oder vielleicht doch also ich bin also dieses format ist einfach geisteskrank leute ich sag euch warum weil dann müsst ihr solche scheiße euch nicht mehr antun das mach ich jetzt alles für aua bitte lassen sie ey bitte lassen sie das mein aim ist einfach göttlich warum springen die denn alle was wo ist wo ist denn der große ich hab doch deinen schwanz gesehen wieder excellent ja ich weiß danke oh hier ach ok einfach aus der hüfte junger geht besser ich hab keine muni mehr also zumindest nicht mehr viel ausgeschaltet die lichtschalter das nicht gut das nicht gut das nicht gut das nicht gut ähm äh oh oh hey warte 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 hier ich werde nicht sterben ich werde nicht sterben ich bin exzellent ich bin tot ja a ha 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 Flammenwerfer? das ist schon hart äh entschuldigung Mama Oh mein Gott Oh, der ist dick Aua, ist das los, Mann? Aua Oh oh Also Flammenwerfer ist auch arsch Perfekt, wissen wir Bescheid Also wenn ihr euch das großartige Spiel holt Dann wisst ihr genau, was ihr tun müsst Nämlich nicht das, was ich hier mache Alright Nur diese Sounds sind ja übelst nice, Mann Danke, danke, danke Brauche aber Muni, weil sonst haben wir ein Problem Junge, brennt Wie viele Oh oh, nicht schon wieder stecken bleiben, Junge Ich seh doch, was ist denn hier los? Hallo Oh mein Gott Wer ist er? Heilige Scheiße Oh mein Gott Nicht gut Gar nicht gut, 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 gar nicht gut. Überhaupt nicht gut, bin ich ehrlich, lad nach. Oh mein Gott, es ist gar nicht gut. Oh yeah. Sehr gut, Alter, wir haben es drauf langsam, ne, oder? Wie jedes Spiel. Also wisst ihr ja auch, im Livestream seht ihr immer, wie gut wir sind. Oh ja. Nice. Ihr wird weggerotzt, Junge. So, reicht jetzt aber auch mal. Wie lange geht denn diese Wave noch? Entschuldigen Sie bitte. So? Nö, perfekt. Hä? Junge. Stirb. Du Ekel, was bist du denn? Ey. Mama, ich seh, ich weiß gar nicht, was hier abgeht. So, er ist weg, oder? Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Alles aufsammeln, man weiß ja nie. Nades. Wo sind sie? Ich hör doch noch. Ja. Brenne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, nice. Oh mein Junge. Okay, hätten wir die Klasse mal vorher gefunden. Verdammt der Scheiße. Das ist ja übelst nice. Junge, Junge, Junge. Wir sind, glaube ich, voll geheilt. Wir spielen übrigens auf Hardcore. Das merkt man, ne? Weg mit dir, Junge. Keine Zeit für so'n Scheiß. Okay, das war gerade schon ziemlich weh, bin ich ehrlich. Oh, die kommen alle gesprungen wieder. Nicht gut, hier, nimm mal. Junge, Maus, doch ungefähr so schnell. Ich möchte den Vergleich jetzt nicht ziehen. Keine Granaten mehr. Das ist schlecht, oder? Junge, ohne Geil. Aua. Nee, 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 nee. Oh, ich habe keine Mundi mehr. Oh, 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 oh. Secondary, Junge. Carry me. So, Waffenwechsel. Habe ich mich gerade selbst in die Luft gesprengt? Ich habe mich gerade selbst in die Luft gesprengt. Perfekt. Der Freund Lauer. Ich würde sagen, damit haben wir genug gesehen von diesem wunderbaren Spiel. Es hat mich übelst gefreut. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Video. Euer Herr Seelenlos. Macht's gut. Dann kann ich euch gleich gut nach oben. Schauen wir euch mal aus. Und dann kommt der Daumen nach oben. Und dann kommt er mit dem Daumen nach oben. Und dann kommt der Daumen nach oben. Und dann kommt der Daumen nach oben. Die Daumen nach oben.